Herzlich Willkommen zu unserer heutigen ZWK-Veranstaltung. Heute steht in Lübeck-Punkt unsere Zwischenbilanz 2023. Zunächst einmal hatten wir uns überlegt, wie könnte man Bürger beteiligen, wie bekommt man Bürger zueinander. Wo kann denn die Idee angebunden werden? Die Konzepte zwar auch keinen Einfluss haben, aber sie können sich zumindest auf kleiner Ebene äußern. Hier gibt es Schnittstellen. Ich stelle es einmal ein und dann wird es parallel überall gleichzeitig ausgespielt. Wenn es noch wie zu der Zeit diese Keller gäbe, diese Gemeinschaftsräume, diese Gemeinschaftskeller, dann hätten alle die Möglichkeit sich zu treffen. Ja. 10, 1. 10, 1. 10, 1. Bistar-Esc Nagel-Dies. Bistar-Escen. Wenn Sie beim Bistar-Esc Nagel-Dies. Untertitelung des ZDF, 2020